Großes Blitzlichtgewitter bei der Premiere des Films Doktorspiele im Sinister Frankfurt. Neben den Hauptdarstellern tummeln sich auch Sänger Matteo und der hessische Wissenschaftsminister Boris Rhein auf dem roten Teppich. Die Teenie-Liebeskomödie trägt den Zusatz geilste Komödie des Jahres. Für Hauptdarsteller Merlin Rose ist es die erste große Premiere. Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen überfordert damit. Es ist auch meine erste Premiere. Es ist schön, ich genieße es natürlich auch, aber ich bin aufgeregt. Es ist alles total verrückt. Maximilian von der Gröben nahm sich besonders viel Zeit für seine Fans. Er ist Premieren auch schon vom Film Fakju Goethe gewohnt. Fakju Goethe war damals meine erste, jetzt meine zweite. Und bei dem Film habe ich halt noch eine etwas größere Rolle noch. Und ja, aber es bleibt immer spannend. Der heimliche Star allerdings war der Schauspieler Janis Niewöhner. Er ist momentan auch mit dem Fantasy-Film Saphir Blau im Kino zu sehen. Beide sind spannende Genre und beides gucke ich mir auch so im Fernsehen an. Und natürlich ist das auch mein Anspruch an mich, alles auszuprobieren, verschiedene Facetten zu zeigen. Und genau, also so unterschiedliche Genres zu machen. Auf dem roten Teppich zu sehen war auch Sänger Matteo, bekannt geworden mit der Band Culture Candela. Sein Song Unperfekt ist das Titel-Lied zum Film. Es gab ja mehrere Songs, die in Frage gekommen wären. Und dann nachdem wir den Film geguckt haben, meinte ich klar, ja der Song ist es. Ja, so kam es und so ist es jetzt. Jetzt bin ich hier und ich bin sehr froh darüber. Der Film wird wohl das Herz der Frankfurter Höhe erschlagen lassen. Denn die Dreharbeiten fanden in der Mainmetropole statt. Unser Regisseur hat halt eine Stadt gesucht, die noch nicht so abgefilmt war. Also die man noch nicht so sofort erkennt. Und das ist natürlich Frankfurt. Der bietet so eine Urbanität, die sehr großstädtisch wirkt. Und das war so unser wichtigster Punkt, warum wir in Frankfurt gelandet sind auch. Einige Auserwählte durften sich die Premiere schon gestern ansehen. Die anderen müssen leider noch bis nächste Woche warten. Dann startet der Film deutschlandweit in den Kinos. Dann startet der Film deutschland.